Es gehört zum Auftakt jeder Saison. Anzuganprobe auf Schalke. Nachdem das sportliche Outfit in diesem Jahr klassisch in blau-weiß gehalten ist, ist der Anzug tief in dunkelblau. Für die Spieler mit ihren Modelmaßen ist die Anprobe kein Problem. Und mit der Farbe ist man up to date. Also Trend ist tatsächlich, und das kommt dem FC Schalke natürlich entgegen, die Farbe Blau. Blau ist tatsächlich die Trendfarbe für den Anzug. Von Stahlblau, Mittelblau bis eben Royal oder eben natürlich auch Marineblau. Dass man jetzt da mal einen Check drauf gesetzt hat, hat man auch einfach deswegen gemacht, weil man einen Akzent setzen wollte, weil man sich etwas abheben wollte. Weil ansonsten sind Muster momentan jetzt gar nicht so weit verbreitet in dem Anzug-Bereich. Aber damit hat man fast so eine kleine Alleinstellung, ohne dass es in irgendeiner Form jetzt nicht auch modern oder für die Jungs auch modisch wäre. Check, also auf gut Deutsch ein ganz zartes Karo-Muster, zieht sich über den Anzug. Und macht so aus offensiven Kräften Dressman. So gefällt mir der Anzug eigentlich ganz gut. Klar bin ich lieber in Sportklamotten oder Fußballkleidung. Aber so ist mal was anderes hier mit dem Karrierten und ja, gefällt mir ganz gut. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus beim Anzug tragen, weil ich selten Anzug trage. Ich trage mehr Joggings. Aber ich finde es schön. Mir gefällt eine coole Sache und ja, Dankeschön an den Aufstatter.